Die Schlacht von Nehme war eine Schlacht im Korinthischen Krieg und fand im Jahre 394 v. chr. statt. Nachdem die Spartaner zu Kriegsbeginn im Jahre 395 v. chr. in Bözien in der Schlacht von Haliathos eine Niederlage einstecken mussten, drängen die Gegner auf der Halbinsel Peloponnes vor. Bei Nehme in der Argolis wo sich ein altes Heiligtum befand kam es dann zur Schlacht zwischen den Spartanern und einer Koalition aus Athenern, Thebanern, Korinthern und Agifern. Die Spartaner gingen aus dieser Schlacht siegreich hervor. Vor der Schlacht, die Kampagne eines spartanischen Heeres in Kleinasien nutzend und wohl nicht ganz unempfänglich für die finanziellen Offerten der Perser, Die sich durch König Agesila ausbunte Truppe aus Söldnern und Niodamotai in Verlegenheit gebracht sahen, bildeten zahlreiche starke Poleis, darunter Athen, Argus und Theben, Bözien, eine Allianz gegen Sparta. Die Thebaner und Agiver eroberten 394 v. chr. Im Handstreich die peloponesische Kolonie Herakleia Trachinia in Malis. Damit wurde der Konflikt für Sparta unvermeidlich und folgerichtig wurde Agesilaus aus Kleinasien zurückbefohlen. Noch bevor er am Schauplatz erscheinen konnte, sollte der Bund der Gegner zur Reso gebracht werden und ein Heer unter dem Agiaden Aristodemus, dem Vormund von König Agesipeles I., marschierte von Sparta nach Norden. Der Bund dagegen wollte die Zeit nutzen, bis der berühmte spartanische Heerführer wieder zu Hause sein konnte und ging mit seinem Heer in Richtung des Territoriums der late-dämonischen Verbündeten vor. Die Kontingente der Gegner, zwischen Sikion und Korin trafen die Heere aufeinander. Das spartanische von Westen kommend, das gegnerische von Osten. Xenophon gibt uns einige detaillierte Hinweise auf die Truppen und ihre Aufstellung. Anderes lässt sich mit einiger Plausibilität rekonstruieren. Das spartanische Heer umfasste von rechts nach links ungefähr 6.000 late-dämonische Hopliten an die 2.400 Tegarten. 3.000 Mann verbündete aus den argolischen Städten Epidaurus, Treuzen, Hermione und Hallieis um die 3.000 Mann Tineier. Dann 3.000 Hopliten aus Illes und die Acheier, darunter 1.500 aus Sikion und weitere Kontingente, VR, das aus Pelne. Die Schlachtreihe zählte an die 18.000 Hopliten. Dazu kamen an die 600 Mann late-dämonische Kavalerie, 300 kretische Bogenschützen und 400 illische Schleuderer. Die spartanische Frontlinie war anscheinend wegen der geringeren Tiefenstaffelung von 12 Mann breiter als die des Gegners. Obwohl dieser mehr Hopliten aufgeboten hatte. Von rechts nach links standen dort 5.000 Mann aus Boiozin, 3.000 Korinther an die 7.000 aus Augustan, 3.000 Eubäuer und außen 6.000 Athener. Dazu kamen 1550 Mann Kavalerie und eine nicht rekonstruierbare Zahl von leicht bewaffneten. Die Hopliten standen in der Tiefe von 16 Mann, nur die Boioter waren tiefer gestaffelt, vielleicht 24. Die Front maß eine Breite von ungefähr 1400 Schilden. Verlauf der Schlacht Beim Marsch der Heere aufeinander zu bewegten sich beide offensichtlich stärker nach rechts als es die übliche Tendenz war. Beide Seiten wollten den Gegner umfassen. Kurz vor dem Zusammenstoß ließ Aristodemus den überlappenden Teil der Spartaner nach vorne schwenken. Bisher rechtwinkelig zur eigenen Reihe stand ein überraschendes und im Gefecht kaum zu bewerkstelligendes Manöver, das ein langsames Vorgehen der Schlachtreihe und ein eiliges und gleichmäßiges Schwenken des Flügels bedingt. Die so umfassten Athena und wohl auch die Eubäuer flohen noch vor dem Zusammenstoß. Vermutlich taten sie das so früh, dass es geordnet geschehen konnte. Derweil trafen die Schlachtreihen aufeinander. Alle Verbündeten der Late Dämonier außer den Acheiern ganz links wichen teilweise fluchthattig zurück. Die ihnen gegenüberstehenden Truppen lockerten bei der Verfolgung ihre Formation. Das spartanische Bürgerherr rollte dann die gegnerische Phalanx von der Seite her auf und beendete die Schlacht mit einem großen Sieg. Nach Xenophon hatten sie selbst fast keine Verluste, ihre Verbündeten allerdings nicht wenige und die Gegner sehr viele. Diodorus schätzt mit großem zeitlichem Abstand 1100 Vs. 2800 gefallene Hopliden Aristodemus nahm anscheinend die Verluste am linken Flügel durchaus in Kauf, um die Schlacht mit einem Manöver zu entscheiden, dass einer anderen Fall Angst kaum möglich gewesen wäre. Damals wussten die Heere einen Durchbruch im Regelfall taktisch nicht zu nutzen, sondern sie lösten ihre Formation auf, um fliehende Gegner einzuholen. Diese typische Reaktion auszunutzen wirkt unglaublich abgeklärt, da, wie sich zeigte, dabei nicht wenige Verluste der Verbündeten einzukalkulieren waren, wird das kaum zur Loyalität der Verbündeten beigetragen haben. Das Manöver am Nehmerabach mit verstärkter Rechtsverschiebung und ein Schwenken des dann überlappenden Flügels ist möglicherweise Ergebnis einer Auswertung der Ereignisse von Mantinea über 20 Jahre vorher. Das Umfassungsmanöver, das dort schließlich den Sieg rettete, war wohl nicht vorher geplant, sondern aus der Notsituation angeordnet. Nun wurde es gezielt herbeigeführt, was nur dadurch möglich war, dass die Late Dämonie im Gegensatz zu anderen Heeren solche Manöver in Kampfsituationen auszuführen verstanden. Folgen der Schlacht Die Schlacht vermiet, dass die Spartaner in Abwesenheit ihres wichtigsten Feldherren den Krieg vorzeitig verloren. Aber sie beendete den Krieg nicht, der bis zum Königsfrieden 386 v. C.H.R. dauern sollte. Taktisch gesehen versuchten beide Seiten aus den Ergebnissen des Schlachtverlaufs zu lernen. Die Spartaner versuchten anscheinend bei Leugdra dasselbe Umfassungsmanöver wieder. Aber auch die Tibaner lernten aus den Erfahrungen der Schlacht. Sie setzten am Nehmeabach ihre vertiefte Schlachtreihe erstmals gegen ein peloponesisches Herr ein. Auch wenn das ganze Treffen nicht zu ihren Gunsten ausging, scheinen sie doch die Vorteile dieser Maßnahme gesehen zu haben, die sie gegen die Athena schon 424 beim Delion erfolgreich eingesetzt hatten und haben sie in den kommenden Jahren ausgebaut, bis sie bei Leugdra damit die Hegemonie der Spartaner brachen und selbst übernahmen.